Der neue Infrastrukturminister der FPÖ, Norbert Hofer, greift massiv in den ÖBB-Aufsichtsrat ein. Bereit zu Beginn des nächsten Monats sollen alle SPÖ-nahen Mitglieder ausgetauscht werden. Und das, obwohl die Hauptversammlung der ÖBB üblicherweise erst im Mai stattfindet. Das heißt, Aufsichtsratpräsidentin Brigitte Ederer muss gehen. Statt ihr kommt der Burschenschaftler Arnold Schiefer zum Zug. Ex-SPÖ-Bundeskanzler Alfred Gusenbauer färbte seinerseits den ÖBB-Aufsichtsrat nach schwarz-blau um. Damals kam Anwalt Leopold Specht, der nun auch abgelöst wird. Auch die ehemalige EZB-Direktorin Getrude Tumpel-Gugerell muss gehen. Insidern zufolge soll die Chefin des Hayek-Instituts Barbara Koll Mitglied des Aufsichtsrats werden. Genauso wie Helga Berger, Budgetsektionschefin im Finanzministerium und Andreas Reichert, frisch gekürter Generalsekretär im Infrastrukturministerium bei Norbert Hofer. Das exakte Datum des Wechsels wird nicht bekannt.